Droht Millionen Rentnerinnen und Rentner im Jahr 2023 eine Rentenkürzung? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Erst gibt es zum 1. Juli 2022 eine Rentenerhöhung in West und Ost. Eine Anpassung, die eine der höchsten Rentensteigerungen in den letzten 10 Jahrzehnten ist. Nunmehr kommen schlechte Nachrichten für alle Ruheständler. Die gesetzliche Krankenkasse steuert auf ein Rekorddefizit zu. Nach neuen Zahlen sollen ab 2023 rund 25 Milliarden Euro in der GKV-Kasse fehlen. Gesundheitsminister Lauterbach kündigte schon im März 2022 an, dass er die Beiträge zur gesetzlichen Krankenkasse erhöhen muss. Real bedeutet eine solche Beitragsanpassung eine Rentenkürzung für unsere Rentenbezieher, da diese weniger Nettorente ausgezahlt bekommen. Optimistische Schätzungen gehen davon aus, dass sich der Beitragssatz von 14,6% auf 15,6% erhöht. Und pessimistische Schätzungen gehen von viel höheren Zahlen oder Beiträgen aus. Grund für das Milliardendefizit bei der gesetzlichen Krankenkasse sind die hohen Kosten für die Pandemiebewältigung und die demografische Entwicklung in der gesetzlichen Krankenkasse. Notwendige Beitragsanpassungen in der Vergangenheit vermied der Gesetzgeber, indem er einfach Milliarden aus der Staatskasse der gesetzlichen Krankenkasse überwiesen hat. Für Millionen Rentnerinnen und Rentner bedeutet eine Beitragserhöhung in der GKV gleichzeitig eine Kürzung ihrer Nettorente. Denn von der Proto-Rente werden ab 2023 die höheren Krankenversicherungsbeiträge durch die Rentenkasse abgezogen und an die gesetzliche Krankenversicherung überwiesen. Das bedeutet, Sie bekommen monatlich weniger Nettorente ausgezahlt. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel Untertitelung des ZDF, 2020